Hier gibt es überhaupt keine Tradition mehr. Alles habt ihr vernichtet. Die Zeit der Revolte und des Sprungs in die Moderne. Befreiung aus den Fesseln der alten Kunst und des alten Löhms. Das Fehlen aller Normen ist zu eurer Norm geworden. Nur Mut, Arthur. Gibt's ihnen. Wenn's nicht anders geht, eine Kugel in den Kopf. Verstanden? Jawohl. Ich an deiner Stelle würde hier mal für Ordnung sorgen. Vielleicht die Treppe runterschubsen. Der ist ja wahnsinnig. Stormil, wozu hast du so etwas gezeugt? Einen Spaß wird man ja wohl noch machen dürfen. Ruhe. Wer A sagt, muss auch B sagen. Ich will da nichts sagen. Ich will leben. Scheiße. медlärband. sitting. Sch Thus. Du, schau mal